Musik Es geht heute um den Werkplatz Schweiz. Wir digitalisieren seit 50 Jahren. Wir haben nur noch Informatiker in dieser Welt. Jetzt, warum sollen unsere Unternehmer investieren in der Schweiz? Erstens einmal ist es sicher wichtig, den Werkplatz Schweiz weiter zu stärken. Meine Frage ist ganz einfach, wird der Staat bezahlen? Der Bund gibt heute etwas über 6,5 Milliarden Franken aus. Die Politik ist wirklich bereit, in Bildung zu investieren. Das ist die Transparenz und hier orte ich aus meiner Empfindung grosse Mängel. Es werden jeden Monat etwa 3.500 bis 4.000 Leute ausgesteuert und hier orte ich einen grossen Handlungsbedarf. Ist die Aus- und Weiterbildung überhaupt auf die Arbeitsmarktbedürfnisse ausgerichtet? Wir haben hier in der Weiterbildung, dort haben wir einen grossen Bedarf an Innovation, an Lehrgänge zu erarbeiten, die modular aufgebaut sind, die man zeitlich und finanziell eben auch stemmen kann. Es muss arbeitsmarktorientiert sein und es muss eben so beschaffen sein, dass das einer auch noch machen kann, wenn er 50 ist und höher. Entspricht die Ausbildung der Ingenieure der Anforderungen vom Werkplatz Schweiz? Wir haben die Lehrlinge oder die Fachleute, die in die Weiterbildung an der Fachhochschule gehen. Auf der anderen Seite haben wir den Gymnasialenweg mit Matura und ETH. Das gibt zwei sehr, sehr gute Profile. Das eine ist ein praktisch orientiertes Profil, das andere ist eher ein theoretisch fundiertes, breites Profil. Findet man in der Schweiz die Unternehmer und die Leute, die gebraucht werden, um die zukünftigen Herausforderungen anzugehen? Finden tut man sie schon. Wo wir in der letzten Zeit etwas Probleme hatten, das war bei mehrsprachigen Ingenieuren und zwar tatsächlich FH-Ingenieure, also keine ETH-Ingenieure. Denn in unserem Bereich, gerade bei 50 Mitarbeitern, brauchen wir den Praktiker. Sie sprechen von Transparenz auf dem Arbeitsmarkt. Ist das überhaupt möglich? Und wenn ja, wie sieht das Bern? Was erwarten Sie davon in Bern? Ja, das ist möglich. Es wurden Technologien entwickelt, die schon auch im Einsatz sind, ganz konkret. Das ist eine Aufgabe des Staates, dass die RAFs, die ja primär diese Aufgabe im Auftrag des Staates ausführen, dass die modernere solche Instrumente bekommen. Wir als Arbeitgeberverband, wir sehen uns natürlich schon auch in der Verantwortung. Wir planen Quereinsteiger, dass man die einfacher reinnehmen kann über verschiedene Module. Diese jungen Leute sollten auch eine gewisse Zeit im Arbeitsleben verbleiben, bevor sie in die höhere Ausbildung gehen. Transparenz ist unheimlich wichtig und wir merken das auch in der Firma, zu wissen, wer kann überhaupt was jetzt auf die ganze Schweiz umgesetzt, ist das natürlich noch schwieriger. Diese Stiftung hier, die wir vor drei Jahren gegründet haben, übrigens alles privat finanziert, ohne staatliche Gelder, muss man ab und zu sagen. Wir haben rund 520 Leute, konnten wir wieder viele über 50 in den Arbeitsmarkt integrieren. Passen Sie einfach auf mit Regulierung, das schafft keine neuen Arbeitsstellen, verteubert unsere Produkte nur noch weiter. Das ist bestimmt nicht der Ansatz. Wir sind überzeugt, dass wir eben mit Erwachsenenbildung, Upskilling, wie das heute so schön auch heisst, modulare Ausbildungsformen, dass wir da Lösungen anbieten können, damit eben die Leute in die Arbeitsprozesse a integriert werden und b im Arbeitsprozess drin bleiben können. Sie haben ja eigentlich die mangelnden Grundkompetenzen angesprochen. Wie kommt man an diese Leute heran? Und da haben wir schon Überlegungen gemacht, zum Beispiel mit der Digitalisierung, wo man auch feststellen kann, wo liegen die Schwächen in den Grundkompetenzen. Da wird auch sehr viel Geld gesprochen. Und jetzt, wenn man sehr gut geht auf den Arbeitsmarkt in der Schweiz, der in der Schweiz favoriert, wo es ein manque in den Arbeitsmarkt qualifiziert werden kann, welche Suggestion kann man den jungen Diplomaten der Universität der Schweiz geben? Das ist die Idee, also. Also die Frage ist relativ einfach. Ich empfehle Ihnen, gehen Sie arbeiten. Untertitelung des ZDF für funk, 2017